Ja Leute, weiter geht's mit Kingdom Hearts 2.5 Remix. Und jetzt endlich wieder mit dem Spielstand, mit dem ich schon gespielt hatte. Also der bessere Spielstand. So, dann gehen wir gleich mal zur Wunderhöhle. Okay. Ja, da dauert es jetzt auch wieder viel länger, um Level hochzukommen. Du, 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 du. Kriege ich mal noch ein Herzteil, denke ich wieder. Passe, Herzteil, komm, passe, Herzteil. Morgen, Graunteur. Super. Ach ja, ähm, da gibt es ja jetzt ein paar andere Passes, die sind scheiße, weil die sind so viele Teile. Das ist abnormal. Die zeige ich euch aber ein anderem Mal, nicht jetzt. Äh, wenn ich das letzte Herzteil bekomme, dann zeige ich es euch, weil dann ist das nämlich auch fertig, dann kann ich euch die anderen zeigen. Die ich erstmal gar nicht mehr angucken werde, nachdem ich sie ein paar Sachen geholt habe. Oh, die mit ihrer scheiß, ähm, Glasgugel da. Oh, Xianinstein. Cool. Was gebt ihr mir? Nichts Besonderes. Freilpausen. Ich finde diese Hänger so geil, wenn ihr das ab und zu mal laden müsst. Aber wisst ihr, was der allergrößte Witz ist? Bei Kingdom Hearts 2, damals auf der PS2, hat das nie geladen bei sowas richtig. Also ist nie hängen geblieben. Okay, sie muss mal so, das kann ja noch sein, dass das noch gepatcht wird. Das ist ja der Vorteil bei der Next Gen. Man kann noch Sachen patchen. Wobei ich erst ein unnötig finde, ein altes Spiel auf HD oben, äh, umge... äh, hocheskaliert zu sein, dass das dann andere Fehler drin hat, als wie das Original. Eigentlich sollte in der HD Collection die Fehler eigentlich korrigieren. Eigentlich. Aber, ja, das ist Kranix halt, hä? Also, ich, ich, ich hab's mit denen, ich, die sind mir sowieso grad so, ein übelstes Dorn im Auge. Allein wegen, äh, Sanctuary, ja, Sanctuary wieder. Wieso? Wieso bin ich der einzige Achtung wieder, der das nicht hochladen darf? Wieso darf er's beispielsweise im Musical hochladen? Der kriegt privat die Rechte für sowas. Da denke ich mir auch so, für was, für was holen sich meine, holen sich eure, äh, Partnergruppen, die Lizenzen, und dann kommt so ein abgefuckter Mist. Ach, schieß, Alter. Ach, jetzt muss er, jetzt muss er hauen. So ein Affe. Na, jetzt ist er tot. Pirobstein. Oh, jetzt kommt das. Okay. Was war da nochmal, kamen die Kämpfe? Nee. Typisch Abu. Abu und Donut könnten eigentlich die Best Friends werden. Das muss ich da nochmal machen, einfach dagegen latschen, glaub ich, gell, wann alles ausweichen. Führer, Bude, den Socken, besäftige den Zaun der... Bucht er immer so rauf? Abu? Sar? Ganz leicht, also ganz komisch, halt auch genuschelt ein bisschen. Abu kann ja reden, so wie wir das von der Herkules-Serie kennen. Und wie bescheuerd. Na, 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 na. Auch Leute, wisst ihr wie sehr ich glücklich bin, wenn der zweite Run eigentlich beginnt und eigentlich die niemanden erkommen, die machen mehr Spaß muss ich sagen. Auch von der Story her. Aktivieren. Muss ich ja, um runterzukommen. Siege alle Gegner. No problem. Morgen Grauenteil. Yeah. Fehlen ja nur noch. Wie viel Stück? 85? Ne, 85 nicht, aber trotzdem schon irgendwie sehr viel. Jetzt komm. Spuck nochmal. Spuck doch nochmal. Oh. Wollte grad sagen. Allerdings versauen wir doch jetzt hier nicht die Tour. Ja, spuck dein Scheiß. Ja. 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 Noch einen Stock weiter runter. Ja. 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 Okay. auch leute ich bin voll mit biete so was haben wir freigeschaltet freundes bus scheiße ich donut donut eis ok enden eis nicht was war hier auch im ok laden immer wenn ich im ok laden braucht dann ist er nicht da ok schaust drauf immer weiter warte mal was ich schaut mal wie komisch die lebensanzeige ist 34 nur in aladdin hat sich 40 die tür ist magisch geschlossen ja noch einmal so will ja doch nicht ja dann gucken wir mal was da drun so los ist wow yeah that one should do sure looks valuable great now let's go get that lamp we got to keep jafar bottled up or he's gonna destroy agrabah hey snap out of you donald weil das euer abenteuer ist herzlose 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 überall herzlose so ich muss ja auch ein bisschen wieder die helden vom turnen das kann man hier ja wahrscheinlich am besten machen gerade solange so viele herzlose aufeinander sind und dann auch so eng dass ich mit einschlag mehr rette ich bin jetzt verrecken wir jetzt verreckig mal So, Maximum HP mal wieder hochgekommen. Passiert das auch mal. Hi. Okay, verfolgen wir mal Carlo. So. Ähm, nee, Status wollte ich gucken. Verdammt, die Heldenform kommen gar nicht mehr hoch. Ich musste das nochmal einmal die weißen Form trainieren. Scheiße. Ich hab's voll, voll mein Drive. Oh, Mann. Ich hab voll mein Drive eigentlich verbraucht. Egal, geh mal auf den Palastplatz. Da müsst ihr jetzt eigentlich gleich sofort... Ja, da müsst ihr jetzt eigentlich Carlo sein mit den zwei... mit der Lampe. Oh, Mann. Oh, Mann. Es ist mein. Lampog! Go away! Gotcha! No fair! I win! Nice one, Iago! Way to go! Don't drop it! Look! Behind ya! Nice try, Birdbrain! Just wait till Jafar's free, he's going to make one beauty of a heartless! I'm home! Al! It's been... Eel! Al, you princely little muffin you! Cosmic travel can get so lonely without a friend! You think I left you forlorn and genie-less! Oh, the humanity! Ho-ho-ho! Genie? Hey, Al! Have you been putting on weight? Ow, of course! What am I saying? You're living at the palace now! Aladdin! Jasmine! I can just picture it! Wait! Tell me! Am I being a pest, just a big blue pest? Oh, who cares, Al? I'm just so glad to see you! Genie! I'll teach you to make a fool out of me! Oh! Oh! Huh! Time for plan B! I'll finish your new mugs off right now! Okay... Let's get's! Ah, it's on fire! Ah, it's on fire! Eh, it's come! Ah, it's on fire! so das habe ich ganz schön mein leben äh mein MP3 egal oh die sind so langweilig würden sie sich nicht jedes Mal in mehrere Teile auseinanderfetzen dann werde ich schon viel schneller fertig so einer ist down und der zweite ist auch down letzter Sprung ok so you you mess with me for the last time I'm gonna get you yet all right so 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 ich verspreche es ich werde es nicht beräumieren ihr werdet es nicht beräumieren noch eine Chance gegeben zu haben ganz bestimmt ähm Prinzessin Jasmin bist du so sicher dass du diesen Vogel um euch herum haben willst also ich denke Jago hat uns gezeigt dass er es ernst meint ja gut wahrscheinlich hast recht und was soll so ein vorlauter Vogel schon anrichten können da könntest du mal recht haben Junge was steht bei euch jetzt an Sora es war toll euch alle wieder zu sehen aber wir müssen immer noch Krieg und den König finden wir werden wohl weiter ziehen und nach ihnen zu suchen ich hoffe ihr findet sie das hoffe ich auch wo ist eigentlich Aladdin er ist in Richtung Stadt gelaufen Abu hinterher also aber er sollte schon wieder zurück sein er kann doch nicht so groß große abschießfeier verpassen ich werde ihn holen bin gleich wieder da A BALLOON! Catch him! He must have secretly stolen it from the Cave of Wonders. A BALLOON! WOOOOOW! I guess some things are just hard to resist. I don't need it! Oh, um, I guess it got stuck. What? What? Whoa! 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 Yeah. What? 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 Sora, was ist das? Ich denke, es ist Zeit für uns zu gehen. Will du zurück? Wir werden, ich versuche. Wir werden, wir werden, wir werden, wir werden. 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 Es hat er memoriert. Wer bist du? Axel. Ich bin eine Behandlung von Sora. Warum gehen wir ihn? Sora? Wir haben etwas in Ordnung, Kairi. Du und ich beide missen jemanden, die wir interessieren. Hey, ich fühle mich, dass wir schon Freunde sind. Du bist nicht sehr Freundlich kreiert. Hey, was ist das Ort? Hey, was ist das Ort? Ich bin ein bisschen Pastoren. Ich bin ein bisschen zu einem Verstand im Ami. Aber ich bin ein Gerät. Ich bin ein Gerät. Du bist bestimmt noch nicht in der Zeit? Du bist so? Um, das ist sicher, ist das Problem. Entschuldigung, dass ich das. Was? Du und der Hund kam aus einem Schrauch in der Wand. Er hat uns fast einen Schrauch. Ja, Twilight Town ist wieder da. Ich könnte jetzt rein theoretisch da reingehen. Aber ich will nicht. Ich will erstmal die anderen Storys machen. Ähm, noch was? Ich muss, ähm, eine Verbesserung gab es ja jetzt auch wieder in den Untertiteln, falls ich es gemerkt habe. Nämlich der Satz, du wirkst nicht sonderlich freundlich auf sie. Also, dass er nicht freundlich auf sie wirkt, gell? Der Satz ist jetzt viel besser als der alte, denn Kairi sagte in der deutschen Fassung ja nämlich, aber Freunde tun so etwas nicht. Den Satz fand ich damals schon irgendwie so, hä? Äh, irgendwie, hä? Bescheuert einfach so. Ähm, ja Leute, ich beende den Part hier jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Äh, ach ja, dass es gleich wird. Ich meinte, ich mache alle Länder außer Atlantika. Auf Atlantika scheiß ich. Sie? Habt ihr richtig gehört? Scheiß ich. Den mache ich ganz am Schluss, denn das Problem ist, ich kann eh nur nicht alles machen, weil ich brauche so Sachen wie Magnet. Und Blitzerer, etc. Und ich habe ja gerade mal, ich habe noch nicht mal Magnet. Ähm, ja. Im nächsten Part werden wir eine Halloween-Tour machen und das wird mich wahrscheinlich zwei, drei Parts auch wieder kosten. Dann machen wir das König der Löwenland. Das wird mich genauso wieder zwei, drei Parts kosten. Und dann sehen wir uns in Twilight-Tour. Und dann geht es auch gleich nach Hollow Bastion wieder. Wo ich mich am meisten schon freue drauf. Auch wenn es Trondant dabei ist. Egal, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da oder einen Kommentar. Ciao, Leute! Ciao, Leute! Ciao, Leute! Ciao, Leute!